Mit der Nummer 5, Felix Aurega, mit der Nummer 9, spielt zur Zeit. Und mit der Nummer 15, Ressina Benjamin, mit der Nummer 16, Frau Tober, Lukas. Und somit wünschen wir dem Spiel einen schönen guten und tollen Verlauf. Begrüßen wollen wir auf der Karte die Schiedsrichter. Hier bei uns, gleich mit dieser Partie von Herrn Manuel Paulmann, assistiert an den Linien von den Kadas. Flütschung und Lagerinitsch, Slavia. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.